Gehen Sie weg? Gehen Sie weg? Müller weg! Alle weg! Alles in Ordnung? Ja, ja. Ach, ich habe hier jetzt die Milliamperre gedrückt. Gebiets oder was? Kannst du mir das mal wegdrücken? Und zwar der unterste Knopf. Es geht unter? Plus und Minus. Plus und Minus. Plus. Milliamperre will ich haben. Hast du? Noch nicht. Meter. Meter pro Sekunde. Das war schon Milliamperre. Das ist ein Vario, was piept. Lass dich nicht stören. Ja, ja. Das ist nur das Vario. Ich gucke durchs Display. Was zeigt er denn an Milliamperre? Wir sind jetzt bei 770 Milliamperre Stunden. Männchen? Nee. Nee. Ist der schön leise, ne? Mhm. Wenn wir den einklappen können, wäre der natürlich viel schöner. Morgens auch noch ein Tag. Das ist ein Stadienballer, oder? Ja. Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt. Sobald er langsam ist, gell? Du hast das 1200. Bei 3000 machen wir Schluss. Ich komm doch mal über den Platz geballert, oder? Von mir aus. Rechts ist alles frei. Der dreht nach negativ weg ohne Ende. Der dreht nach negativ weg ohne Ende. So, bis das bei knapp 2000. Willst du nochmal klappen oder langsamer Überflug testen? Nee. Hass ich. Langsam Hass ich. Stehst du mitten auf der Bahn? Ich kann auch mal den Klasse fahren. Die Milliampere hab ich. Immer noch unter 2000, wenn das stimmt, was das anzeigt. Nee, der braucht nicht viel. Der hat viel weniger Leistung als der andere, merkst du aber kaum. Ich mach mal eine Klappenstufe. Steigt ein bisschen weg. Zweite Klappenstufe steigt noch mehr weg, ja. Wird schwammig, gell? Ja, ja. Ja, ja. Oder nicht schlimm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Sechs Minuten Flug. Sechseinhalb. Gehen wir weg vor mir. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017